Wir werden das hier nicht lange halten können, würde ich fast behaupten. Sicher ist, dass wir das nicht lange halten können. Richtig. Deswegen müssen wir hier ein bisschen die Verteidigung aufpeppen. Wey, ein Spuddy! Wir haben auch keine Truppen mehr. So wirklich, die sind jetzt gerade so ein bisschen aussterben. Die Dinger halten eh nicht mehr lang. Ja, ich frage jetzt, was mache ich? Hm. So. Achso, ja, ich bin zu viel pausiert. Fünf Gold hätte ich noch gewonnen. New Vic wurde erobert. Ja toll, da habe ich wieder nur eine. Es soll halt nicht sein. So, jetzt habe ich alle Verteidigungsposten besetzt. Das ist hier unsere Hochburg, die wird keiner einnehmen. Die verdient auch gut Geld. Das heißt, daran wird es nicht scheitern. So. Und man sagt mir die ganze Zeit, wir sind so militärisch veranlagt. Ich will aber jetzt gar nicht so militärisch sein. Abwiderstand! 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 Hallo, das hat 2000 gekostet. Mach es nicht kaputt. Ich glaube, ich sehe immer, es ist kaputt. Sie haben es kaputt gemacht. Ach, Mensch. Das läuft gerade nicht so schön. Ich brauche mehr Geld. Geld kriege ich nach und nach. Und ich brauche gute Beziehungen. Die Blauen sind mir recht freundlich gesonnen. Wir kommen und bringen Geschenke. Tausend. Deine großzügigen Geschenke. Plus neun. Du hast einen Feind bekämpft. Plus zehn. Schön, was ist das jetzt hier? Das sind die Gelben. Oh, schön. Die Grünen sind uns jetzt freundlich gesonnen. Die Blauen auch. Oh, jetzt sendet sich das Blatt hier. Ist das mit denen verbündet? So, wir bringen uns das, was wir uns jetzt mit denen verbündet haben. Muss das trotzdem alle eraubern, oder nicht? Kontrolliere zehn Städte. Wie viele gibt es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, das sind zehn. Wir müssen alle erobern. Dann spielen wir erstmal die roten aus, würde ich sagen. Dafür müssen wir aber erstmal das Ding hier kriegen, halten und, äh, Wasserfahrzeuge bauen. Mit den Wasserfahrzeugen an die gegnischen Wasserfahrzeuge so lange aufhalten, bis wir das Ding gut befestigt haben. So, ich mute mich nochmal ganz kurz. Und da bin ich auch schon wieder. Und wir sind ja hier mitten im Kampfgeschehen. Faktor, Faktor! 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 Hörschgabe! Faktor! 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 Was flackt denn da so? Och, schöner Bug. Da wird was aus. Es gibt nur noch drei, also vier große Fraktionen. Also drei große Fraktionen und ums. In dem Fall jetzt. So, unsere Hauptstadt feiert und wir kriegen wieder mehr Geld, das ist gut. Wir brauchen gleich Geld, um das hier aufzubauen. Wir müssen noch netter zu denen sein. Wir bringen Geschenke. 2000 Sport, oder? Also, wir schleimen uns jetzt hier ein. Wir brauchen 100. Um. Ja. Wir brauchen 100, um. Äh. Maximalverdünnungs zu sein mit den. Und Fransch hat wird angegriffen, von einem so kleinen Flieger. Glaubet ihr wirklich, ihr könnt Fransch das mit diesen kleinen Flieger totmachen, ne? Diese mega... Festung. Kannst du dich einfach totmachen mit kleinen Flieger? Hampte. Mischka George. Hampte. So. Wir könnten ja jetzt versuchen, noch mehr Geld zu geben. Aber. Ich will jetzt erstmal das, denke ich, ein bisschen aufpimpen. Wenn wir es dann gleich eingenommen haben. Ich will mal ganz kurz das Licht an. Es ist nämlich hellisch dunkel hier drin. Um 18.40. Das heißt, ich nehme jetzt hier schon knapp zwei Stunden auf. Zwei Stunden, wenn ich nichts anderes gemacht habe bisher, als immer und immer wieder die gleiche Stadt einzunehmen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es diesmal klappt. Ja, die ganzen Dinger hier sind aufgebraucht anscheinend. So. So. Epische Sequenz zum dritten Mal. Eines Tages wird sie ganz uns gehören, diese Stadt Sie bleibt eine militärische Stadt Ich bin nicht länger mit Gelb verbindet Weil ich jetzt die Grenzen ausgeweitet habe Blau ist aber immer noch mein Freund Deine Nation ist zu groß, minus 10 Na gut, so Ich muss erstmal im Stadtplaner was erstellen Gut, dann mache ich jetzt erstmal ein Schiff All inclusive, spiele alle Phasen und Designer Oh cool Coolio, coolio Dann habe ich jetzt alles fertig schon So, wir nehmen ein Piratenboot Dann werden wir alle wegkapern Ein Piratenboot und brauchen wir noch ein Segel Nee, da Das ist gar ein Buchhund Das ist gar nicht in die Mitte Und das sieht fail aus Aber gut Was soll's So, wie treiben wir da an? Nee Das sieht Panne aus Wie treiben wir es denn an? Was ist da? Sekunde So, es tut mir wirklich leid Da war eine kleine Unterbrechung dazwischen Jetzt geht's mal weiter Ähm, mit Spaw Genau Und wir waren gerade dabei Uns anzugucken Boah, ich bin los hart Was für Antriebe wir denn benutzen könnten Jo Was nehmen wir denn? Du sag doch was Warum sagt ihr denn nichts? Überdachte Turbine Ja, schön Jetantrieb So, wir machen so einen coolen Jetantrieb hier nach unten Seht das vielleicht keiner Ach Gott Ähm Warum brauchen wir einen Antrieb? Ich hab ein Segel angebaut Na gut, dann bauen wir jetzt noch eine Kanone an Wir müssen ja irgendwelche Kanonen anbauen Sonst sind wir den anderen zweifelsohne unterlegen Auch wenn's mir lieber wäre Wir müssen dies nicht tun Bedankt euch bei den Gegnern Die haben damit angefangen Und am besten bauen wir keine sohne Lichter an Sonst findet man uns bestimmt besser Wenn wir uns verstecken wollen Dann Haben wir da auf einmal dieses blinkende Ding Und das ist ja uncool So, dann bauen wir jetzt hier hinten noch den Halbmond an Der Halbmond, der symbolisiert Der symbolisiert Und, äh, das macht ja ganz gut So, und jetzt machen wir das schön auch an Das schief Das gefällt mir Also diese So müsste mein Kanaldesign nochmal aussehen hier Mit dieser schönen Kontrastfarbe Das ist schön Das sieht richtig cool aus Sollen wir noch Ach, nee Nee, nee, ich bleib bei dem Ding her Benenne das Das Schiff 1.0 Oder nur 10 Ja, das Schiff 10 Jetzt Das Schiff 10 Das ist die neueste Äh Fassung davon So, okay Zack Jetzt kaufen wir uns mal Schiffchens Roger Ey, die sind ja richtig schnell Obwohl die nur ein Segel haben Respect, respect So Da oben flattert wieder ein Flügelmann durch die Gegend Und wir bauen jetzt hier einfach mal Ein bisschen drauf los Wenn wir jetzt ein bisschen was an Verteidigung da rumstehen Weil Was ist das da? Ich will jetzt glaube ich gar nicht wissen, was das ist Zuhause ist total Das ist doch echt grausam, wie viel das kostet Franzstadt wird angegriffen Nein, öff Jetzt hab ich da rechtsklick drauf gemacht und alle Schiffe fahren Nein Nein Da müsst ihr nicht hinfahren Weil Das ist doch so super geschützt Unser Hochburg hier Die kann nicht eingenommen werden Aber wir sind cool Gangmesser Vielen Dank.